Musik Die Ernte, ja, das ist eigentlich so die Krönung. Das ist das Ergebnis dessen, was man im ganzen Jahr gemacht hat. Wenn die passt so in diesem Jahr, dann ist das schon eine schöne Sache. Musik Wenn ich nicht völlig erledigt bin von der Arbeit, dann sitze ich hier so oft wie möglich oben und schaue über den Weinberg, über die Havel, über den Ort Töblitz. Eine tolle Lage hier. Musik Wir sind nicht der einzige Weinbetrieb in Brandenburg. Allerdings sind wir das einzige Weingut. Das heißt also, wir bauen den Wein nicht nur selbst an, sondern bauen ihn im eigenen Keller aus. Wir pressen ihn, wir füllen ihn in Flaschen ab. Also das komplette Paket, was zum Wein gehört. Die Kunden kommen immer wieder und das sagt mir, dass der Wein so schlecht nicht sein kann. Also ich bin stolz auf diesen Wein. Musik 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 Musik